Ah, schön. So. Jetzt guck ich mir erst mal den Berg an. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Und als dieser Wasserfall ist, ist noch ein zweiter Berg, noch ein dritter Berg, oh je. So viele Berge. Naja, aber ich glaube, wir sind hier falsch. Nee, das war der nicht. Ey, hier waren wir auch nicht. Da müssen wir nochmal in die andere Richtung gucken. Okay. Da ist das Dorf, dann biegen wir mal hier links ab. Hab ich über Schafe gehört? Ja, ich glaube, das nützt nichts damit. Wir müssen mal eben... Oh nee, wie war das denn noch mit dem? Ah ja. So. Folgen wir mal dem Kompass. Mal in die Richtung gehen. Hm. Mal in die Richtung. Mal in die Richtung. Mal in die Richtung. Da ist ein Schaf. Mal in die Richtung. 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 Irgendwie hier nochmal ein Feldbett aufstellen. Lass das Bett auch stehen. So, und da lang. Boah, ist auch ne schöne Wiese hier. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Musik das hat ja wunderbar geklappt hier das heißt das sind die richtung unser spawn point liegt wir auch noch mal finden wollten ich bin echt froh das sieht ja schon mal ganz gut aus und die pilze sind auch gewachsen so dann packen wir uns mal das eisen auf dem ofen ein bisschen wenig kohle da war ein bisschen geizig aber die finden wir ja auch ja also rohstofftechnisch haben wir ganz gut abgesahnt der trip stone block die kartoffeln könnte man auch einpflanzen ich könnte das feld noch ein bisschen größer bauen kürbisse und das müsste fertig sein oder ja ja super läuft hat die nicht dabei naja das waren die hier so macht das auch schon fertig so der läuft läuft dann könnten wir uns eigentlich auch mal einen zweiten ofen zusammen zimmern weizen holz haben wir noch ein bisschen wasser einmal das kupfer gut die kartoffel packen wir auch mal hier dazu ich kann noch mal einpflanzen pfeile weiß ich gar nicht haben fünf pfeile federn haben wir nicht und dann würde ich gleich mal eine kleine aufnahmepause machen und würde sagen wir sehen uns dann das stimme ich wieder ans wasser so bis gleich und dann und dann und dann